Yo Leute, ich wollte euch kurz das hier zeigen. Ich wollte eigentlich heute oder gestern eher gesagt ein Video schneiden, gestern Abend, für heute, aber ich wollte Watch Dogs 1 und das Problem ist einfach, wenn man hier guckt, ich seh... So, das passt ja eigentlich einigermaßen, aber wenn wir hier weiter gucken, ich müde kurz meinen Sound, dann hör mal, wie es sich hier anhört. Der Sound ist vorher, der Blackout ist vorher, bevor das eigentliche passiert. Ja, hört ihr das? Das hört man so deutlich. Das ist so nervig und das heißt, ich muss, wenn ich das schneide, muss ich jedes Mal irgendwie im Sound cutten und das dann korrigieren und das dauert dann saulange. Darum braucht das ein bisschen, bis ich das gefixt habe. Ich gucke, was ich machen kann und dann schaue ich, wenn ich das Video hochladen kann. Kommt ja drauf an, wie lang es dauert, bis das gefixt ist. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann! Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk